Es ist wieder 1. Mai. Und weißt du, worum es geht? Es geht um dich. Es geht um deine Rechte bei der Arbeit. Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit. Das sind die drei Kernversprechen, für die wir als Gewerkschaften stehen. Aber die wir nur durchsetzen können, wenn ihr euch solidarisiert, wenn ihr euch zusammenschließt mit uns und für Tarifverträge kämpft. All das ist keine Selbstverständlichkeit und wir erkämpfen und erstreiten das seit 130 Jahren. Aber einige politische Kräfte, sie versuchen, das in Frage zu stellen. Unser Streikrecht, aber auch deine Absicherung über einen guten Sozialstaat und einen geregelten Arbeitstag. Das kaputt zu reden, das dürfen wir nicht zulassen. Und einige Kräfte in unserem Land, die wollen sogar noch weitergehen. Rechtsstaat, Demokratie, Freiheit in Frage stellen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen. Tarifverträge, sie sind für alle Beschäftigten da. Wir zeigen Flagge, wir sind laut, wir gehen auf die Straße am 1. Mai raus und bestehen auf unser solidarisches Recht. Und sei auch du dabei und fordere ein, was dir zusteht. Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit.